Ja, ich würde da jetzt alle mal gucken wollen. Ach, scheiße, Mann. Es kommt mir so vor, als wären Sie in der letzten Zeit der Einzige, mit dem man reden kann. Ach, hör doch jetzt mal auf. Was für ein schöner Tag. Was für ein schöner Tag. Ja, wunderschön. Hoffen wir mal, dass kein Arschloch vorbeikommt und ihn verdirbt. So sieht's aus. Es ist fast schon Regenzeit. Ja, aber das Wetter so in letzter Zeit war schon idyllisch, oder? Naja, ich hab's lieber kälter, wissen Sie? Wenn man sich in sein warmes Bett kuscheln kann, die Decke bis oben hochgezogen und... Genug, es reicht. Gott, Schluss mit der albernen Scharade. Was zur Hölle ist Ihr Problem? Ach, nur, dass mir das Wetter und Decken scheißegal sind. Ich wollte nur dein Vertrauen gewinnen, aber so geht das nicht. Seh dich doch mal an. Ich kann mit jemandem, der so angezogen ist, nicht über das Wetter reden. Es widerstrebt meiner Natur. Tut mir leid. Es tut Ihnen leid. Ja, pass auf, reden wir über was anderes, okay? Über was anderes reden? Fahren Sie zur Hölle. Und da sagen die, ich wäre verrückt. Hä? Kann ich mir mal dein Telefon für eine Sekunde leihen? Haben Sie kein eigenes? Ich will dir mal was zeigen. Ich will dir mal was zeigen. Was zeigen? Nein, nein, danke. Komm schon, Robert. Ich klau dir dein Telefon schon nicht. Ich will dir nur was zeigen. Also eher nach oben, okay. Ich bin nicht so der Fan von Handys. Meins hat nicht mal Internet. Ich benutze das nur, um zu telefonieren. Sonst nichts. Jetzt denkt hier eine Kamera. Hattest du denn eine Kamera? Äh, ja, aber um ehrlich zu sein, wenn ich Bilder machen will, nehme ich lieber eine echte Kamera. Sparen Sie sich das. Ich werde Ihnen sicher nicht mein scheiß Telefon geben, damit Sie ein Bild von Ihrem Arsch machen können oder sowas. Wollte ich doch ja nicht. Das wäre so eine Plan B. Aber mal im Ernst, kann ich mir mal dein Telefon für eine Sekunde leihen? Hä? Kann ich mir mal dein Telefon für eine Sekunde leihen? Haben Sie kein eigenes? Mein Akku ist alle. Oh. Na gut, wenn es ein Notfall ist, ist das wohl kein Problem. Lassen Sie es halt heil. Ähm... Das wird wohl für Sie sein. Keine Ahnung, wovon du redest. Oh, 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 das? Nein. Nein, nein, nein. Das Handy gehört meiner Schwester. Ich... Ich habe wohl das Falsche mitgenommen. Jetzt gehen Sie schon ran. Das ist ja peinlich. Okay, erwischt. Und das gebe ich nicht gern zu. Schon gar nicht gegenüber jemandem, der so angezogen ist. Hallo? Sind Sie mit Ihrem gegenwärtigen Anbieter zufrieden? Ach, guten Tag, menschlicher Abschaum. Wer war das? Also, wenn ich fragen darf. Dein Stylist. Ha! Sehr lustig. Manche Leute wissen wahre Eleganz... Mit Sicherheit. Wie geil, mit Sicherheit. Ganz besonders du. Sie bewegen sich auf dünnem Eis, mein Freund. Hey, nur Spaß, nur Spaß. Aber mal im Ernst, ein toller Tag. Kann ich mir mit Hilfe, ne? Aber mal im Ernst. Ein toller Tag, oder? Hauen Sie schon ab. Kann ich mir mal dein Telefon für eine Sekunde leihen? Haben Sie kein eigenes? Hä? Ich will dir mal was zeigen. Was zeigen? Mh, mh, mh. Nein, nein, danke. Komm schon, Robert. Ich glaube, ich bin nicht so der Fan. Naja, wahrscheinlich ist es einfach nur so alt, dass du nicht willst, dass andere Leute es sehen. Schön. Ich brauche dein blödes Handy. Naja, wahrscheinlich ist es einfach nur so alt, dass du nicht willst, dass andere Leute es sehen. Ah, ah, das ist nicht wahr. Mir ist egal, was andere Leute denken. Das sollten sie mittlerweile wissen. Würde ich sonst sowas anziehen? Na schön. Gut, dann zeig's mir eben nicht. Es ist nur... Ich weiß wirklich nicht, was das hier soll. Ehrlich. Beweisen, dass du Ellen bist. Ich wollte nur sehen, ob du da Bilder von Columbus drin hast. Wollte ja nun mal die Funktionen ansehen. Ich wollte nur sehen, ob du da Bilder von Columbus drin hast. Sie wollen mir also helfen, ihn zu finden? Ah, schätze schon. Wie geil, danke schön für den Glück. Ich habe tausende Flyer in der Nachbarschaft verteilt. Vielen lieben Dank, danke schön. Ich habe sogar eine Belohnung ausgesetzt. Hast du denn Bilder von ihm auf deinem Handy? Ich benutze das Ding nicht zum Bildermachen, klar? Okay. Ah. Kann ich mir mal dein Telefon für eine Sekunde leihen? Was sind Edsend hier? Ich will dir mal was zeigen. Was? Komm schon, Robert. Ich bin nicht so da. Naja, aber... Ah, ah, das ist nicht... Das sollten sie mittlerweile wissen. Würde ich so schön. Gut, es ist nur... Wollte ja nun mal die Funktionen ansehen. Wetten, das ist das unterste? Das ist völlig laparisch, ohne dass... Robert, ich will dir beweisen, dass du Erlen bist. Hey, genug davon. Aber... Kein aber. Ich habe diese lächerliche Geschichte satt. Okay, okay. Ganz ruhig. Nicht so hart. Egal, nicht so hart. Sehr, sehr... Kann ich mir mal den haben, Sie? Ich will dem aber was. Komm schon, Rob. Ich bin nicht so... Ganz ruhig. Ich klicke das jetzt durch, weil das haben wir alles schon gehört. Naja, aber... Ah, ah, das sollten sie mit. Na schön. Gut, es ist nur... Wollte ja nun mal die Funktionen ansehen. Funktionen? Ich sagte doch, das Ding ist alt. Es hat nicht mal WLAN. Ehrlich? Eine Schande. Sicher? Gibt es nicht eine Option im Menü, das anzuschalten? Nee. Ich habe hier nur Kontakte, Anrufliste, Spiele, Galerie. Moment. Schau mal danach. In der Galerie? Ja, ich weiß auch nicht, warum die den WLAN-Zugang da reingesetzt haben. Wirklich? Das macht doch keinen... Äh, stimmt das nicht? Was zur Hölle soll das mit dem abgeschlachteten Aliens-Ordner? Puh, weiß auch nicht. Warum schaust du nicht mal rein, Alan? Aber... Was hat das zu bedeuten? Was ist los? Hast du was Komisches da drin gefunden? Oh, echt jetzt. Alan? Nennen sie mich nicht so. Aber das ist dein Name, Alan. Auch wenn du dich weigerst, das zu akzeptieren. Nein, nein. Nein! Ich würde Columbus nie wehtun. Und doch ist da der Beweis. Du weißt genau, dass du das auf den Bildern bist. Und du weißt auch, dass das Columbus ist. Du hast ihn umgebracht. Eigentlich logisch. Nein, nein, nein! Das passiert nicht. Das darf nicht schon wieder passieren. Oh, tut mir leid. Aber ich glaube, dafür ist es zu spät. Und die Dinge hier werden sich wohl ziemlich ändern. Auch nicht schlecht. Ich glaube schon, aber... Naja, wie sieht denn Dr. Johnsons Zeitplan jetzt aus? Ich glaube, da ist gerade was frei geworden. Ich sehe, was sie da gemacht haben. Ich? Wir haben nur über das Wetter geredet. Dr. Johnson, Mr. Alan Simmons fühlt sich nicht gut. Und da ist dieser Mann, ein gewisser Dr. Doogie Houser, der darauf besteht, sie zu sprechen. Doogie Houser? Dr. Houser, sie können jetzt eintreten. Dr. Johnson empfängt sie jetzt. Na dann, Sir. Ich bin Dr. Harold Johnson. Erzählen Sie mir doch mal, was Ihr Problem ist. Okay, also sehen Sie, ich bin in einer Zeitschleife gefangen und ich glaube, das ist nicht normal. Okay. Haben Sie Kopfschmerzen oder Migräne? Ist dieselbe Stimme, ebenfalls von Samuel Jackson, wahr? Ei, ei, ei. Nur wenn man mir auf den Kopf schlägt. Nee. Nur wenn ich was verkatert bin. Ja, aber ich ertrage still. Wir wollen mal nicht von Alkohol sprechen, ja? Nur wenn man mir auf den Kopf schlägt. Und passiert das häufiger? Ehrlich gesagt öfter, als mir lieb ist. Aber meistens habe ich es auch verdient, also... Verstehe. Na gut. Ähm, haben Sie jüngst große Veränderungen in Ihrem Leben gehabt? Was haben wir denn hier hinten eigentlich für eine Symbole wieder im Schrank? Ey. Ich werde schon wieder was krass müde. Ich sollte mal wieder mehr schlafen und nicht so zwei Stunden am Tag. Ei, ei, ei. Wie geil. Wieder das selbe Thema. Ach, du bist drüber weg. Bei der Situation, bei dir da... Das ist mit dem Schlaf vielleicht ein bisschen kompliziert. Dr. Johnson, Sie wollen mich was verführen oder etwa nicht? Nein. Ich wünschte, es wäre so. Also, ich habe in der letzten Zeit diesen Traum, in dem ich was gelene anpragere und das macht mir große Angst. Okay? Ich wünschte, es wäre so. Aha. Ein Mangel an Zuneigung also. Naja, ich weiß nicht, ob man das so sagen kann. Mein Vermieter und mein Boss sind super nett und ich habe diesen gut aus Sehnen Polizeisargen getroffen, der mich verehrt. Also, kann ich mich wohl kaum beschweren. Ich verstehe. Na schön. Okay, fangen wir mit einem einfachen Rohrschachttest an. Ich kenne den menschlichen Geist sehr gut, Dr. Hauser. Ich bin ein Profi, also nehmen Sie diesen Test bitte ernst. Ich werde Ihnen jetzt einige Bilder zeigen und ich möchte, dass Sie mir sagen, was Sie darauf sehen. Okay. Ich sehe Karl Winslow. Ich habe Ihnen noch kein Bild gezeigt. Oh, jetzt habe ich verstanden. Tut mir leid. Nehmen Sie das hier bitte ernst. Was sehen Sie hier? Haben Sie die gemalt? Nein. Woher wissen Sie dann, was Sie wirklich darstellen? So funktioniert dieser Test nicht, Dr. Hauser. Aber konzentrieren wir uns auf Ihr Problem. Und, was ist mein Problem? Nun, das weiß ich noch nicht. Deswegen machen wir den Test. Aber wir können damit nicht anfangen, wenn Sie mich ständig unterbrechen. Wie gesagt, ich werde Ihnen nun ein paar Bilder zeigen. Super. Das gefällt mir. Was sehen Sie denn auf diesem Bild? Ähm. Ähm. brennenden Stepptänzer, ein Piratenschiff mit einer Mumeltier-Crew. Ich sehe nichts. Ich bin blind. Sieht aus wie ein zermatschter Schmetterling, würde ich sagen. Ähm. Ein zermatschten Schmetterling. Ein zermatschten Schmetterling. Sehr interessant. Großartig. Sieht aus, als würden wir Fortschritte machen. Ach so. Was ist mit dem hier? Was sehen Sie? Sehen Sie eine Lunge? Ja. Ah, das sind Hunde und die spielen Poker. Ich glaube, das ist eine Zeitmaschine. Zermatschter Schmetterling. Es sind immer zermatschte Schmetterlinge. Nicht das? Zermatschte Schmetterlinge. Es sind immer zermatschte Schmetterlinge. Batman ist leider nicht als Option bei. Wer die Bilder betrachtet. Okay, dann bin ich wohl der Typ für zermatschte Schmetterlinge. Zur Kenntnis genommen. Machen wir weiter. Was sehen Sie hier? Nun gut, was ist mit diesem hier? Was sehen Sie? Zugunglück. Jo, ich sehe die... Okay. Hintenpfleck eindeutig das Empire State Building. Hm. Gehirn. Ledermaus. So sieht Gehirn aus. Sieht eigentlich auch aus wie ein Knochen, Ich würde sagen Tintenfleck, oder? Ja, hier ist sie genau. Ein Tintenfleck. Kein Zweifel. Aber sehen Sie sonst noch was? Natürlich sieht aus wie ein Tintenfleck auf einem Stück Papier. Verstehe. Wir haben hier ja einen richtigen Lauf. Sagen Sie, Dr. Hauser, was ist mit diesem hier? Oh, Doktor. Ja, voll. Ist ein Trouppler. Ein Trouppler von Star Wars. Ein einfacher Trouppler ist das, würde ich sagen. Ein einfacher Trouppler. Der hat noch nicht mal was Besonderes. Das ist ein ganz normaler mit einer normalen, mit einem normalen Laserpistole oder so. Nicht mal einer mit einer Panzerfaust. Ein einfacher. Ein zermatscher Schmetterling. Sehen Sie das nicht? Ein Astronaut. Der Waffeln ist. Jo. Hat ein paar Babyschnabeltiere. Eine Karte von Australien. Nein, wir bleiben beim Schmetterling. Na gut. Warum ist jetzt der Trouppler nicht mit bei? Das ist doch total blöd. Alles zermatschte Schmetterlinge. Sehen Sie das nicht? Ich sagte Ihnen schon, das hängt ganz allein vom Betrachter ab. Wo Sie einen Schmetterling sehen, sieht jemand anders vielleicht ein brennendes Flugzeug. Und keiner von Ihnen beiden lege falsch oder richtig. Verstehen Sie? 100 Prozent. Aber ich versichere Ihnen, es ist ein zermatschter Schmetterling. Sehr schön, sehr schön. Machen wir weiter. Sehen Sie sich dieses Bild an. Was sehen Sie, Dr. Hauser? Ich sehe einen Psychiater, der ein Bild von einem Psychiater hält, der ein Bild hält, auf dem ein Psychiater ein Bild hält. Wo? Ich sehe einen Affen im Aufzug. Pixel, große, fette Pixel. Wie oft im Monat werden sie eigentlich von Tierschützern verklagt, weil hier noch so ein zermatschen Schmetterling. Ich glaube, von dem Schmetterling sollten wir mal wegkommen. Ja. Ich sehe einen Psychiater, der ein Bild von einem Psychiater hält, der ein Bild hält, auf dem ein Psychiater ein Bild hält. Okay, okay, was Sie beschreiben ist der Droste-Effekt. Aber das ist nicht sehr häufig bei einem Ohrschacht-Test. Was soll ich sagen? Das ist, was ich sehe. Und der Psychiater bin ich. Sie sind Psychiater? Okay, jetzt begreife ich, was hier vorgeht. Meine Geduld hat auch Ihre Grenzen, Dr. ich werde mich benehmen. Machen Sie weiter mit der Bildersache. Ich habe echt Spaß. Nun gut. Wollen mal auf. Wissen Sie, ich glaube, Sie waren mit Ihren Antworten nicht ehrlich. Und wir kommen so nicht voran. Ich bin ein Profi und glauben Sie Das nicht so ein Klick Klick Ding. Klick mal durch, ja? Das hängt davon zu kennen. Was macht mal, wozu ist so ein Ding eigentlich da? So ein cool zum entspannen, ja? So ein Ding. Sagen Sie, Dr. Hauser, was ist mit diesem hier? Zermatschte Schmetterling. Okay, den haben wir urhebend. Okay. 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 Sie müssen Ja, ein armloser. Das ist ein sehr persönliches Problem für mich. Wow. Das sind erste Anzeichen von Mordgedanken. Okay. Mordgedanken? Meinen Sie nicht, das ist etwas extrem ausgedrückt? Okay. Sehen Sie, ich wollte Sie nur etwas beeindrucken. Ich habe nie Schmetterlinge misshandelt. Das war alles mit. Ich habe nur zugesehen. Ich habe nie darüber geredet. Ich habe immer nur da gestanden und zugesehen, wie er immer neue Opfer in sein Museum des Horrors gebracht hat. Oh mein Gott, all die verstörenden Bilder von Tod und Trauer. Die verfolgen mich immer noch in meinen Träumen. Manchmal, nachts, kann ich die Schmetterlinge immer noch schreien hören. Und? Wissen Sie, es macht mich ein wenig an. Genug! Schön, versuchen wir es nochmal mit dem selben Bild. Was sehen Sie? Alter! Pixel, große fette Pixel. Pixel. Wirklich? Soll ich etwas zurücktreten, damit Sie das Bild besser sehen können? Nein, ich mag Pixel, wissen Sie? Ich bin ein 80er-Junge. Dann trage ich mal Pixel ein. Ich bitte darum. Gut, große, fette Pixel. Wissen Sie, ich glaube, Sie waren mit Ihren Antworten nicht ehrlich. Nein. Und wir kommen so nicht voran. Ich bin ein Profi und glauben Sie es oder nicht, mir liegt das Wohl meiner Patienten am Herzen. Ich glaube, Sie leiden an einer emotionalen Instabilität und ich werde Ihnen helfen, ob Sie wollen oder nicht. Also fangen wir nochmal von vor. Was sehen Sie auf diesem Bild? Ehrlich? Dumme ist, ich kann zwischendurch nicht raustappen, damit ich was speichern kann. Ist das ätzend? ein Piratenschiff mit einer Murmeltiercrew. Murmeltiercrew? Ja, offensichtlich. Sehen Sie sich doch mal die Zähne an. Nun gut. Nehmen wir mal was anderes. Großartig. Sieht aus, als würden wir Fortschritte machen. Was ist mit dem hier? Was sehen Sie? Und die spielen Poker. Ich glaube, das ist eine Zeitmaschine. Ich glaube, das ist eine Zeitmaschine. Eine Zeitmaschine? Wie kommen Sie darauf? Das war das Erste, was mir in den Sinn kam. Das war doch der Sinn der Sache, oder? Das ist wahr, aber ich finde es sehr merkwürdig, dass das Erste, was in den Sinn kommt, eine Zeitmaschine ist. Das ist wirklich sehr Interessant interessant, wenn man bedenkt, dass das Konzept einer Zeitmaschine nur für den eigenen Geist greifbar ist. Ich meine damit, es ist ein sehr mehrdeutiges, sehr unpräzises Konzept, da es sich um ein Objekt handelt, das nicht real ist und daher kein allgemeiner Standard existiert, wie es eigentlich aussieht. Wir können unsere Vorstellung nur an Science Fiction Archetypen festmachen. Alter, was? Deswegen faszinierend, weil es mich schließen lässt, dass sie tief in ihrem Inneren das Bedürfnis haben, die Zeit zurück zu drehen, um die Geschichte zu ändern oder etwas zu verhindern. Etwas Bedeutendes. Habe ich nicht recht, Doktor Hausen? Oh, wie war das? Tut mir leid, aber mehrdeutig habe ich nicht mehr zugehört. Egal, wir redeten gerade über Roswell, richtig? Ich glaube wirklich, dass die probieren wir erst mal mit dem nächsten Bild. Nun gut, was ist mit diesem hier? Was sehen sie? Ja, kennt er, ja. Ein Zug und Glück, nein. Ein Tintenfleck ist es nicht. Tintenfleck wäre zu einfach, den haben wir schon durch gekaut. Ich sehe die Bundeslade. Tatsächlich? Dann verfolgen Sie wohl auch die Abenteuer von Dr. Jones. Richtig? Wem? Schon gut. Wir haben hier ja einen richtigen Lauf. Sagen Sie Dr. Hauser, was ist mit diesem hier? Ah ein Truppler, Mensch, ein Star Wars Truppler, ganz einfach, aber hast ja nicht zur Auswahl. Ein Astronaut, der Waffen ist. Der Waffen, der Waffeln ist. Eine Karte von Australien. Astronaut, der Waffeln. Baby schnabelt hier. Ein Astronaut, der Waffeln ist. Ein Astronaut, der Waffeln ist? Ja, mit Ahornsirup. Gut, Ahornsirup. Sehr schön, sehr schön, machen wir weiter. Sehen Sie sich dieses Bild an. Was sehen Sie, Dr. Hauser? Eigentlich, wir haben ja eigentlich schon alle durch, war? Ich sehe einen Affen im Aufzug, so niedlich. Ja, wir haben das Ding schon, wir haben das Ding schon, das Ding schon, das ist ja die letzte Aussage. So niedlich, einen eleganten Affen, also. Gut, gut. Hey, verdrehen Sie mir nicht die Worte im Mund, ich sagte nichts von elegant. Natürlich trägt er einen Anzug, aber wenn man näher hinsieht, bemerkt man, dass er keinerlei Eleganz besitzt. Seine Krawatte hängt schief, das Hemd ist nicht in der Hose und von der Westen wollen wir gar nicht erst reden. Die passt überhaupt nicht zum Bläser. Dieser Typ ist ein Hochstapler. Merkwürdig, ja? Vielleicht sogar lustig, aber weit weg von elegant. Na schön, ein Affe in einem Anzug. Er sieht extravagant aus, aber nicht elegant. Wissen Sie, ich glaube, Sie waren mit Ihren Antworten nicht ehrlich. Jetzt hör auf. Nein, wir fangen jetzt nicht von vorne an. diesem Bild. Leute, wir müssen zum Ende kommen. Ich muss noch... Nein! Ich sehe nichts. Ich bin blind. Sie müssen das hier schon ernst nehmen, Doktor Hauser. Nein. Ich muss die Antworten ein Thema haben. Versuchen wir es nochmal mit demselben Bild. Was sehen Sie? Mal die Sci-Fi niedrigen Optionen. Ach, nerdigen. Die Sci-Fi nerdigen. Ein brennendes Stepptänzer. Ein Pirat? Nee. Brennenden Stepptänzer. Wirklich? Okay, das werde ich mal eben notieren. Großartig. Sieht aus, als würden wir Fortschritte machen. Was ist mit dem hier? Was sehen Sie? Bin ich das? Nee. Das sind Hunde und die spielen Poker. Ich glaube, das ist eine Zeitmaschine. Hm. Was haben wir da vorher? War das jetzt auch ein Tier? Gut, dann nehmen wir die Hunde. Das sind Hunde und sie spielen Poker. Sie glauben gar nicht, wie viele Leute das sagen. Oh, verdammt. Und ich dachte immer, ich sei was Besonderes. Sehen Sie nicht. Etwas mehr Ernsthaftigkeit, bitte. Nein. Schön, versuchen wir es noch mal mit demselben Bild. Hör doch mal auf jetzt. So, die Zeitmaschine, bin ich das? Ist ja jetzt bloß noch offen. Sicher? Moment. Was denn? Also, der Hund war nicht. Die Zeitmaschine war auch nicht. Und der zermatschte Schmetterling war es auch nicht. So, bin ich das? Hm. Bin ich das? Interessant. Ja, und denn? Du siehst du dich also selbst in diesem Bild? wie auf einem Porträt. Ist Batman. Ich meine, irgendwie schon. So würde ich aussehen, wenn ich ein zerquetschter Schmetterling wäre. Boah. Okay. Nun gut, was ist mit diesem hier? Was sehen Sie? Stimmt auch wieder. Also, wir hatten den Tintenflake, wir hatten Diesel, Zug und Glück hatten wir nicht. Das möchte ich sehr, sehr ungern nehmen. Das ist eindeutig das Empire State Building. Das Empire State? Sir, bitte, können Sie die Scherze mal für einen Augenblick sein lassen? Wenn Sie hier wirklich das Empire State Building sehen, dann nehmen Sie den Test offensichtlich nicht ernst. Schön, versuchen wir es noch mal mit demselben Hatta. Was sehen Sie? Was denkst du, was ich die ganze Zeit mache, namenloser? Nur am gucken. Ein Zugunglück. Sind Sie sicher? Ja, ziemlich. Ich erkenne einen Zugunglück, wenn ich einen sehe. Wie Sie meinen, das ist Ihre Entscheidung. Wir haben hier ja einen richtigen Lauf. Gut, gut, gut. Hab ich auch. geschickt nach dem fünften Anlauf. Eine Karte von Australien. Eine Karte von... Das ist der Karte von Australien so unähnlich, wie nur irgendwas sein kann. Hören Sie zu. Wenn Sie... Na, schön... Schön, versuchen wir es noch mal mit demselben Bild. Was sehen Sie? Ein paar Babyschnappeltiere. Sind Sie sicher? So sicher, wie mein Name Dougie Hauser ist. So gut. Das ist Ihre Entscheidung. Sehr schön, sehr schön. Machen wir weiter. Sehen Sie sich dieses Bild an. Was sehen Sie, Doktor Hauser? So, Pixel hatten wir. Affe im Aufzug so niedlich. Hatten wir auch. Einen Psychiater hatten wir und den Schmetterling hatten wir. Ich sehe einen Affen im Anzug. Ja, im Anzug. Einen eleganten Affen. Hey, natürlich. Seine Kornel Westen. Die sind sehr schön. Er sieht extra. Okay, das reicht. Ich habe mir genug von Ihren Wahnvorstellungen angehört. Das ist nicht mein Job, verdammt. Äh, also eigentlich ist es genau das, Doc. Mir egal. Der Test ist vorbei. Sie leiden an einer schweren Form von Kleptomanie. Basiert diese Diagnose auf meinen Antworten? Nein. Die basiert auf der Tatsache, dass ich gesehen habe, wie Sie heimlich eine meiner Karten gestohlen haben, als ich mir Notizen gemacht habe. Das ist übrigens bemerkenswert dämlich, denn diese Karten sind dafür da, um sie mitzunehmen. Dachten Sie wirklich, ich würde das nicht merken? Ich bin doch genau hier, Herrgott. Egal. Ich glaube, hier passiert eines von zwei Szenarien. Entweder führen Sie mich aus irgendeinem Grund an der Nase herum oder Sie sind ein absoluter Schwachkopf. In beiden Fällen muss ich Sie darauf hinweisen, dass ich die entsprechenden Behörden verständigen werde, sollten Sie je wieder meine Praxis betreten. Ich habe nichts davon verstanden, aber plötzlich fühle ich mich hier nicht mehr willkommen. Hört auf, Alter. Kann doch alt nicht wahr sein. Musik ... ... ... Vielen Dank.